Die heutige Veranstaltung der Ebert Stiftung dreht sich ja um Kinderwunsch-Wunschkinder. Spannendes und wichtiges Thema, weil die medizinisch-wissenschaftliche Entwicklung immer weitergeht. Und wir uns an jeder neuen Barriere, die durchbrochen wird, natürlich fragen müssen, wollen wir das, können wir das, ist das ethisch vertretbar, ergeben sich daraus Risiken oder Chancen. Wenn es im Ausland erlaubt ist, muss es dann in Deutschland unbedingt auch erlaubt sein. Also das sind ja die ganzen anderen Fragen wie Leihmutterschaft, Eizellspende oder so. Man könnte theoretisch ja auch argumentieren, warum muten wir den Frauen zu, ins Ausland zu gehen für eine Eizellspende? Warum erlauben wir das in Deutschland nicht? Das Thema Kinderwunsch hat in den vergangenen Jahrzehnten umwälzende Veränderungen erfahren, während früher mehr oder weniger die Natur bestimmte, ob ein Kind zur Welt kam oder nicht. Und Kinderlosigkeit als Schicksal hingenommen wurde, ist es heute üblich, Art und Zeitpunkt der Zeugung zu bestimmen. Ultraschall-Begi-Fernsehen, neinhaft ausgedrückt, steht hoch im Kurs, und Fruchtwasser- und Blutuntersuchungen bis hin zu genetischen Screenings werden immer mehr zur Regel, besonders bei älteren, schwangeren Frauen. Mit der Folge einer entsprechend erweiterten Möglichkeit von Schwangerschaftskonflikten. Hier ist nicht sehr viel gesetzlich geregelt und dieses wird zunehmend kritisch gesehen. Wir machen die Tür nicht komplett auf, sondern wir produzieren eine wie auch immer geartete Ethikkommission, nicht mit Leuten, die es machen, so wie wir, sondern mit Menschen, die auf optimaler Basis sich dazu äußern können, und definieren einen Katalog von Erkrankungen, wenn die bei den Eltern vorkommen, wenn Eltern davon betroffen sind, dann können die davon profitieren, aber wir machen es nicht für alle. Wir wollen ja nicht behindertes Leben verhindern. Verstehen Sie mich nicht falsch, da würde ich doch auch als Pränatalmediziner von Ihnen ganz falsch gesehen. Ernst wird es dann, wenn eine mögliche Behinderung festgestellt wird und dieser Kinderwunsch für dieses Kind dann infrage gestellt ist. Da wird es mir eng und enger, wenn ich mir vorstelle, da sitzen dann keine Ahnung, wie viele Menschen, welcher Profession, und jeder bringt doch einen subjektiven Teil mit bei allen objektiven Kriterien, ja, also wie gewichtig ist das dann, wie viel ist dann objektiv vom Hirn und was bleibt noch herzend. Aber alles zu verbieten ist kein Fortschritt. Ich glaube auch nicht, dass das eine Entwicklung gegen die Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ist. Die beiden Krankengene kommen zusammen und führen dazu, dass dieser Mensch, der auf beiden Informationen dieses Krankengene hat, nicht lebensfähig ist, ja, dann kann man doch Eltern nicht nachsehen, dass sie dann nach dem fünften Schwangerschaftsabbruch sagen, das kann ich nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Beispiel Kurzsichtigkeit. Kann man die schon im Vorfeld, im Parallelzatenstadium erkennen? Nein, das ist ganz wichtig, dass Sie solche Befürchtungen ansprechen. Es geht doch genau eben nicht darum, Menschen zu kreieren. Selbst wenn man alle momentan bekannten genetischen Erkrankungen untersuchen würde, würde diese einzelne Untersuchung in die Millionen gehen. Also weil das klingt ja dann immer zum Schluss so, als würden alle das machen wollen, ne? Also wie viel sind das? Man kann das ausrechnen. Es sind etwa 200 bis 400 Fälle in Deutschland pro Jahr, die von genetischer Seite in Frage kommen. Aber das, was verschleierend war, ist das, was auf uns zukommt. Und damit muss man sich beschäftigen. Die Frage, dass man in kürzester Zeit sozusagen alle Chromosomen abprüfen werden kann. Das hat begonnen. Und damit eine andere Zielsetzung dabei da ist. Nämlich die Zielsetzung, den Erfolg einer künstlichen Befruchtung zu verbessern. Das Dritte, was jetzt in den letzten 20 Jahren dazugekommen ist, das Wunschkind wird extrauterin gezeugt. Mit Hilfe von reproduktionstechnologischen Maßnahmen. Weil der Kinderwunsch aus körperlichen Gründen versagt geblieben wäre. Weil ein Gendefekt vorliegt in der Familie. Auch, weil die Partner gleichgeschlechtlich sind. Auch das Thema reproduktives Reisen, also diese geografische Dynamik von Paaren mit Kinderwunsch, ist eigentlich nichts Neues. Die Hemmschwelle, sich jetzt Ausland zu begeben, ist in den letzten Jahren allerdings deutlich gesunken. Es hat die Einzahlspende gemacht, die Ampionenspende, die Leidungunterschaft in vielen Ländern, die PED natürlich, auch nach nichtmedizinischen Kriterien. Und ich weiß ja oft gar nicht im Vorfeld, was es bedeutet. Das ist ja schon das Problem bei der PND, dass gar nicht klar ist, was kommt denn auf mich zu, wenn irgendetwas wäre. Und das, denke ich, ist genau die Frage bei der PID auch. Die PND, da haben wir die Erfahrung gemacht, es hat sich verselbstständigt in größere Dimensionen. Ich denke, das Gleiche wird bei der PID auch irgendwann stattfinden, weil die Nachfrage größer wird, weil die Untersuchungen klarer werden. Das wird durchgeführt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. So breit wir im Bundestag das Thema diskutieren, so wenig erkenne ich in der Öffentlichkeit, dass es diskutiert wird. Und es ist eines der zentralen Themen, ethischen Themen für diese Legislaturperiode. Jetzt, wen interessiert Ihr Gesetz, was Sie zu entscheiden haben? Wir haben Eltern, die entweder leider fehlgebunden haben oder ein missgebildetes Kind bekommen haben. Und jetzt geht es darum, bin ich verantwortungsvoll und bin ich ein zweites Kind? Und gibt es die Möglichkeit, die Potenz, ein gesundes Kind zu kriegen, zu erhöhen? Geben Sie mir in Deutschland die Möglichkeit oder geben Sie mir es nicht? Und vor dieser Fragestellung stehen wir jetzt im Deutschen Bundestag. Sie kennen ja wahrscheinlich den Auslöser, dass damals auch dieser Arzt, der eine Kinderwunschpraxis in Berlin hat, hier eben diese PID vorgenommen hat und sich selbst angezeigt hat, daraufhin auch das Bundesgerichtshof entschieden hat, dass er rechtens gehandelt hat, dass dieses im Einklang ist. Und wir jetzt im Deutschen Bundestag vor der Frage stehen, welche gesetzlichen Regelungen braucht es? Wir diskutieren im Moment die PID. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus der Reproduktionsmedizin. Wenn wir andere Bereiche diskutieren, beispielsweise Zulässigkeit von Spendersamenbehandlung bei lesbischen Paaren, müssen wir noch ganz andere Rechtsgebiete mit diskutieren, beispielsweise familiengerecht, beispielsweise das Recht zweier Mütter, die als Eltern eingetragen werden oder eben nicht die Rechte, die Pflichten eines Samenspenders in einer solchen Konstellation. Das wird immens komplex. Ich denke, durch gesetzliche Regelungen muss man auch aufpassen, dass man die Gesellschaft nicht lahmlegt, dass auch solche Diskussionen weiterlaufen können, weil das, was zwischen den Zahlen passiert, das ist meiner Meinung nach sehr viel wichtiger. Und das bringt Entwicklung. Weil wenn wir nicht darüber sprechen und wenn wir nicht das kommunizieren, dann gibt es auch keine Entwicklung, auch nicht in unserem Kopf.